Das ist der Infantrieb von uns rumrennt, also von daher... Wir haben dir jetzt schon wieder getroffen mit der Magnum, du stützt irgendwie nicht, ne? Tschüss René! Wieso? Deswegen! Jaja, aber ich hatte schon wieder ein Standbild! What the fuck! Ich hab das eben nur so gemerkt, Standbild und was passiert jetzt? Oh! Kettenmesser dran! Fuck this! Juhu! Sebs! Hup was in die! Hallo! Ach, das ist klar! Ja, ne, ist klar! Ach, da bin ich okay! Gucken wir, ob wir die selbe Idee haben! Ich muss doch wohl nicht gucken, wo du bist! Ich glaube, die Karte ist so groß! Habe ich die Aufnahme eigentlich an? Oh ja, wurde gespeichert, wird begonnen! So, dann nehmen wir das, das wir auf groß gestellten oder auf das mit? Dann nehmen wir das mit! Dann nehmen wir das mit! Den Deathmatch gibt's nur klein, glaube ich! Dann ist das... Ja, Team Deathmatch ist dann größer, ne? Ja, bei BF3 waren die Karten noch gleich groß! Nee, weil ich hab gestern... Squad Deathmatch... Ja, Squad Deathmatch ist wieder anders! Da waren hinten die... Die Lagerhallen mit dabei! Das frage ich grad wegen klein und groß! Was? Boah, ist das... Boah, ist das... Ja, ja, du kleiner Camper-Heini! Take that medkit, pick it up! Boah! 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 Oha! Scheiße! Deine Stuttwind ist nicht so gut. Ja doch, ich war aber... Nein, ich hab's gesagt. Alle haben Wasser. Beim Wasser, genau. Welche Seite vom Wasser? Das noch wüsste. Oh, so zeichnet er mich da schnell wieder grün an. Oh, fünf Schuss. Mit der Erdauer. Oh, okay. Alles klar, das heißt Krieg. Spawnst den neufsten Meter und stirbst voll direkt hinter den Gegner spawnen. Deswegen mag ich die ganze Zeit lang gelaufen schon. Aber in mir funktioniert das Messer leider irgendwie nicht. Ja, du hast mich falsch wonken. Ich hab nach unten von dem Ganzen das Damage bekommen. Ja. Ja. So, jetzt hast du mich vollkommen aus dem Konzept gebracht. Boah, scheiße. Ey, ist Nachwarten. == Hahahaha. Wieso schluckt er eigentlich nicht mal die Cemo? Ich grade hingestellt hab da. Oh, ich hab' ne Hitmarke gekriegt. Die Cemo? Ich spiel nur Hitmarke und... Oh, was? Ich hab da auch noch geschossen. Oh, die Spaß, die ist so genial. Ich liebe dieses Teil. Ich war so ein bisschen gemesset in dem Moment. Nur Ass nicht gegen die Chefspiele. Sag mal, jetzt gehst du wohl mal kaputt. Oh, ich hab sie. Er sagt, es fehlt drei. Nur Ass nicht, dass sie gegen die Chefspiele sind. Mit der Down. Kann ich auch down. Oh mein, ich hab nichts dafür. Das Problem ist, dass die immer sich selber drückt, die stirbt. Ich hab gerade nicht daran gedacht, dass hier... Ich bin klar, alles. Ich bin klar, alles. Was? Ich war doch noch ein Messer. Oh, da hat der Rene dir den Arsch gerittet, ey. Dann kommen welche beim Double-Stabler. Stabler-Gabler. Oh! Und noch kleine, kleine. Oh! Mach ich mal Dings, ey ich? Oh, krass, du meinst. Boah, da kommt der noch. Okay, die Waffe. Boah, was ist denn, ey? Da! Rewive! Oh! Rewive! Erst die Dinger töten! Ach, quatsch! Trotz große Füße der Arsch! Ey! Ey! Was zur Hölle? Wo kommt der denn noch her? Ja, von hinter dir! Hast du doch gesehen! Ich hab den anderen noch die ganze Zeit schon gehört. Oh, stirbst du mich! Nein, das ist besser! Oh! Folgen, Zelo wird mir oben immer als Grüne angezeigt, wenn er jemanden tötet. Crack! Bindnis 90 oder so. Ah, bleib doch mal stehen, ey! Auf dem Kreis zu reden! Sorry, sorry, sorry. Was wollte ich denn hier? Oh, zu Kala. Klasse. Boah, was zur Hölle! Zwei Claimers reichen also, guck. Bist du auch mit Ungefallen? Nee, ich bin ja ganz vorne. Äh, irgendeiner von deinen Leuten stand da gerade auch mit drin. Ach, ey! Form 2! Ich stehe auch in meine Richtung und schieß ab Gegner vorbei. Von wo? Ach, von oben? Ja, mein Freund! Hallo! Du hast einen halben Meter zu weit weggestanden, Uwe. Fuck das total ab mit diesen Messern. Das ging gestern auch nicht. Oh, ich bin wieder hinterein, ey! Scheiße! Boah, scheiße! Das da fuck, Ole! Fuck! Tatatatatatata! Doch! Das ist überhaupt nicht wie gewohnt ihr da auch. Ich muss nachladen! Sepp doch mal, ey! Scheiße leer! Wie viel wart ihr denn? Habt ihr euch alle revived dreimal, oder was? Ja! Das war ein Revived Train. Das geht ja so schnell auch hier, ne? Bring ihn doch um! Ich guck doch nicht zu, wie er mich abschließt! Komm doch rein! Alter Schwede! Äh, äh, äh! Ich spam's ein ganzes Magazin in einen rein und der verreckt nicht! Ich hab ein ganzes Magazin in drei reingespampt und die sind nicht gestorben. Wie er euch dann erschossen hat. Boah! Sepp doch mal endlich! Automatik! Oh! Wo kommt ihr denn her? Wohin hab ich die ganze Zeit hingeguckt, ob da ne Claymore steht. Da stand ne ganze Zeit lang keine. Ich würde das ganz einfach drehen. Wenn ich, wenn ich ja noch gelebt hab. in der Mitte. In der Mitte! 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 Wohin hat er das Messer nicht genommen? Oh Mann! Geil doch! Geil doch! Ach, ja! Er wischt mir da eine Granate in! Geil doch! Bei eigentlich nur so eine Sicherheitsgranate nachgucken, um nach Claymore zu gucken. Ja, die kann man ab und zu mal machen. Ah, ich hab mir so mal ne 2-3 Stellen, wo ich immer ne Nation schmeiße. Das ist ein Tristoff, aber mal einen noch. Oh! Das zweite Mal! Oh! 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 Insofern bin ich mir nirgendwo genau. Was?! Da kann ich noch nix widerführt, da stehe ich, wo ich hinschieße. Ne- Komm! Oh! Oh, da geht's! Nein! Auf mir, auf mir! Nein! Nein! Wenn Dennis mal um weniger Messer würde und mal die Leute umlegen würde, ne? Meine Güte, das wäre mir gelingt. Ha-ha-ha! Hat man das einfach gesehen? Völdigung, ich dachte es wäre denn es gewesen, ich wollte dich nicht messern 3% ne Ich auch hier dich nicht messen Die ist aber ausnahmsweise total wahr NEIN 50% damage, PS hat das für eine Messer Was ich bei 3 aber total hasse ist, dass wenn du getroffen wirst, du einfach stumpf stehen bleibst Das hast du hier die Pads halt Was? Kannst du mal drauf gehen nach 6 Schüssen? Oh Mann, Mann, Mann Der Dauer ist mir echt noch im Nachladen hier Mhm Mhm Oh, ich hab kein Life mehr Oh, du warst wäre nett gewesen Hinter uns Hier von rechts, na ne jetzt Oh, meine Scheiße Hehehehehe Hehehehehe Ich bin gerade nach, nicht auf mich schießen Hehehe Das denkst du an die Schlimmes, da kommen auf einmal 2 um die Ecke Oh, da brauchen wir zu viel, ich wüsste es gar nicht gut Mit Trotminder Ah, fuck Scheiße, da war ich leer Hehehe Scheiße, da war ich leer Hehehe 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 Und da kommt noch einer Schwer doch, Maki Ja, Schotland fängt an Spaß zu machen Hehehe 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 Oh, Astro, Helle Hehehe Das ist aber schön, dass du da alles so gemacht Typ Ja, ich fand das auch nicht mehr so witzig, wenn ich da so gesehen habe, was da alles kommt. Ja, klaro! In jeder Enge kämpen zu rennen! Ich bin gerade in mein Deckung gelaufen, weil ich... Du Camper! Du hast dich nicht bewegt! Weil wir gerade reingesprungen sind! Nein, keiner meinte! Oh! Zelo! Oh Gott! Ja, bei den Gegner treffe ich ihn mit vier Schüssen nicht! Ey, das ist ein Witz, ey! Exekutiert, mein Freund! Oh! Wo kommt ihr denn immer an? Ah, hier ist echt die Hölle los! Oh Gott, ich hab das früher mit 64 Mann gezielt hier! Boah! Du stirbst du nicht! Willst du schon immer hören? So, boah, 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 boah! So, boah, 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 boah! Oh Gott, ich hab das hier! Voll die Fresse rein, das Ding! Das ist wirklich ein Gauw, das ist mit der Daumen, die... Oh, das kann ich zählen! Step no, boah, boah! Oh, boah! Alter, Alter, lo! Boah, das würdest du mir doch noch nicht erzählen, Uwe! Boah, hast du mich verschlafen! Ich hör' meine Schüsse sogar noch! Nein! Derp noch, mein Ey! Ich hab... 12 Schuss hab' dich vergeschossen! Was?! Ach, ich hab Dennis erschossen! Dennis, ich hab' dich erschossen, du wurdest also nicht gemessert! Ja! Ne, ich hab' gemessert! Kannst du auch messern, ja, ja! Oh! Das war Explo-Tips! Oh! Ha, 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 weh schon wieder, ey! Kann doch nicht wahr sein! Was denn? Ja, ich schmeiß' da immer die Granaten in die Richtung, Dennis! Nein! Oh! Na komm, eine Runde Shotgun geht noch, und dann... Ja, aber mir ist jetzt eh hier nach vorbei, deswegen... Ja, hier nach, mach' ich auch schon! Achtung! Da kommt was von uns! Nein! Ich bin nicht nur mehr aufgestanden! Boah, gestanden doch hinter mir ist schon wieder Seiger direkt am Kopf! Ja! Nein! 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 Beigeschlossen! Boah, warum hab' ich jetzt nicht geschossen? Hallo? Ja! асс2 Was der Hölle...? Surpriesed! Oh! Komm hier hinter mir! Nooo! Ich hab' echt nicht mal eines Anlaufens gehört! Mein Mann ist jetzt hier, Herr! Der hat Tortilla hat die leisenden Schuhe an! Ein Effekt potem machte- Er hat er die grossen Schuhe angehabt! Hab' ich noch 10 Kilometer gehört! Jetzt gar nicht! Ich hab Hope nhds gehört H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H! Schuh mit an sagen, Turtur Woh, Alter! Warum stirbt Silo nicht? Danke! Oh, ihr brämmt... Boah, fuck! Was solltest du gerade sagen? Ich hab's direkt von mir Spurgang geschlagen. Ja, ich hab's gesehen. Und dann ist so kaum hier gelaufen auf einmal. Dann muss ich dich abdrücken. What? Ich war doch schon an Messern. Wie viele sind denn da? Rechts und links? Och nee, ist gleich schon zu Ende. Kacke. Macht krass Spaß. Ja, ist vorbei denn. Reicht für heute. Nein, die ist noch im Sinne, ne? Boah, komm wir holen auf. Scham's noch. Hinter mir. Nein, überhelf. Der Pfeil hat dich getragen. Überhelf. Und dann kannst du nicht wiederbeleben, ey. So, komm. Die Länder ran, da gerade am Gang vorbei rennen. Warn, 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 warn. Boah. Was läufst du denn auf da? Nein, tor. Höhe, Höhe, Höhe. Ich will das nicht aber noch nicht wissen. Aber so was von knapp. So was von knapp, ey. Ich glaub wir haben auch 20 Teamkills mehr gemacht, als ihr. Ja, bestimmt. Ne, Tobi. Ach du noch. Deine Granaten unter mir. Äh. Blöder Teamkiller, schluss. Oh, hat's fast gemacht. Also Random Nate, einfach so stumpf in die Container rein.